Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sniper Elite 4. So, was hatten wir vor? Es ist bei mir leider schon wieder vier Tage her und ich bin gerade erst aufgestanden und habe mich sofort hingesetzt, um eine Folge für heute zu machen. Mal auf die Karte gucken. Jäger, Jäger, Jäger. Lagerhaus untersuchen. Alles klar. Boah, ich bin eigentlich totmüde. Ich würde das gerne machen. Für den Weitschuss wollte ich das gerne machen. War blöd, ich weiß, aber naja. Kommen wir da rüber? Hm? Ja. Es ist hier, stopp mich! Was ist das? das war jetzt nicht so gut da 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 Not so gut. 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 Ja, wo hat mich denn da einer gesehen? Das ist alles. Ja, ich weiß, das war wieder so ein... Eine blöde Nummer, aber ich weiß nicht, wie ich da anfasse, ne? Ich muss das nutzen, um ihn da rauszukommen. Ich brauche ein paar Stolpermienen oder irgendwas. Ich brauche das. Ich brauche das! Ich brauche das. Der Offizier wird wahrscheinlich gleich sterben. Ich brauche das. Ich brauche das. Scheinbar nicht. Ich brauche das. 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 ich immerhin etwas anfangen wo wir stolpern wie ihn und sowas und überhaupt die bienen werden wir halt am liebsten also alles personen was 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 ist Das hier wird sehr nützlich sein. Ja? Ja. Gut. Sehr gut. Dump da da. Ich will da sowieso nach oben Na, die haben schon verpeilt, oder? Ich will das nicht! Du Ries! Ich habe ihn nicht, er ist egal, dass ich ihn nicht beheirat habe. Das ist mir jetzt ja. Oh, der ging damit. Sönlich gut. Ja, ich bin jetzt. 4 die gibt es nichts mehr zu finden da verdammt ich glaube ich habe gerade einen der Briefe verpasst ich weiß nicht wie ich ich würde gerne noch für die folge herausfinden was die haben ein verfrühtes weihnachtsgeschenk schätze ich habe alles eingesammelt jetzt gucken wir mal was es hier so gibt oh ja es bringt es doch so alter schede gut wir wissen was sie liefern und zwar ohne Ende Waffen ich würde mich hier hinten mal irgendwo positionieren hier vielleicht so und dann würde ich sagen hoffentlich hat es euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin ciao